So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von World War Z mit Folge 3 Moskau und Episode 3. So, müssen wir mal gucken, wir spielen jetzt mal den, wie heißt der? Äh, hab ich vergessen. Der May oder so. So ist eine Art. Der Pessimist. Wir haben nur Pessimisten bei den Russen hier. Obwohl das Mädel war noch häufig so okay, ja. So, dringe in den Bunker ein und aktiviere die Waffe. Unterhalb des Grämels in einem Bunker aus der Sowjetzeit befindet sich eine furchterregende Waffe aus dem Kalten Krieg. Was zu aktiviert gelangt, das tödlichste Nervengas, das je erschaffen wurde, in die Straßen Moskau und durch sowohl die Lebenden als auch die Untoten aus. Heißt, im Zweifelsfall bringen sie auch ihre eigenen Leute um, ja? Oh. Okay. Gucken wir mal. Der Bull ist eine mächtige Bestie. Wenn er auf dich zustimmt, solltest du lieber weglaufen. Am Rücken ist er verwundbarer Erzieher, also gut. I'm trying super hard. Careful, Dr. Petrova. Stay behind us. The bunker door should be hidden just inside this tunnel. We need to get you inside. Machen wir. Ich hab auch einen schönen Beutel. Mensch. The door should be on the left. They're hiding in the dark. Soviet-era security console. Typical. I've got it. How many civil servants do they hide down here? I don't know. I was showed only blue prints for the mission. We're loading here! Von oben kommen sie hoch. Gut, dass ich schon unten bin. ... RIPPANNNNNN! Wir sind nur 서� Dritten. Die sind aber schöne Leuchtdinger da an seinem hübschen Beutel. Herr Dr. Petrova ist ein tolles Mann. Er ist in der Grund, unter Brezner. Wie es eine Art Bezidung gibt. Die Anerkennung vom einen Dr. Petrova ist zurück. Der Hauptbunker der Tür muss hier sein. Die Systeme ist geöffnet von der dritten Einsternis. Ich muss es überraschieren. Kleine Minuten. Kommt, Dr. Petrova, an all Kosten! Wir brauchen jemanden in jeder Einsternis. Das wird realisieren. Wir haben einen Ball! Oh! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir sind hier! Sie sind auf dem Scream, meine Omi! Ow! Fuck you, Zombies! Hey! Au! Au! Hau! 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 Verdammt nochmal! Hau! Zwei Schuss! Zwei Schuss! Zwei Schuss! Zwei Schuss! Verpas ich hier was. Oh. Äh. 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 Wenn's mal so läuft, wie's nicht sein soll, ne? Äh. 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 Ja, komm schon. Lass mich rauf. Oh! Au! 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 Ei! So, guck mal mal, wie die, wie die anbrust ist. Wie? Multiple sentry guns! Two, far side of the room. Gatmen! Sieg aus dem Scream! Somebody, kill that Screamer! The purpose of the world! Ich schlaufe jetzt einfach mal vor! Oh! We've got a Screamer! Nobody does creepy like the Soviets. No one does creepy like the Soviets. Oh, you funny guy. We've got a Screamer! We've got a Screamer! They're going to break through! Quatsch! Get to the next room and trigger the console! Mach ich gleich! Ich schlaufe! This door will barely slow them down! Wait! What? duck! The chamber was a mixing testing lab. At least we know it works. Little bit of karma. They were tunin' their jobs. Oh. Oh. Minus. That's the mixing chamber. You're nearly there. Mhm. Mhm. I like that. Holy shit. Call me a crackpot again. The cathedral of death. At the center of the room in the console, activate it to start the process. It's running. Okay. Five reactors must be combined in the correct order to produce the agents. Which marks to open and when? You must follow my instructions exactly. Okay. Okay. Rest in peace. K2? E.F. A.B. 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 A.B., A.B. 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 ich bin offenbar blind ich sehe nicht so schrunz nicht sie sind zwei warte mal wo ist wanders kann hier k1 k2 ich habe ich auch schon gesehen Und welches sie will sie haben? Hab ich sie? Ui Hab ich sie haben? Ich hab ich Ich hab ich Ich brauch mal ne andere Waffe, Leute Okay C2 Ops Ops Es ist K-1. 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 lasst ihr zeit mir lasst ihr zeit wo sind dieses was für ihr seht so mittlere konsole aktiviert so schön umgefallen